So, wir sind jetzt in Puerto Plata, hier am Amphitheater. Und hier unten ist die Burg, die werden wir auch gleich besuchen. Dann, ja, wir sind hier den Weg raufgekommen, wir waren mit dem Motorrad hier hingefahren, Motorroller besser gesagt, und hier ist der alte Leuchtturm, den man auch jetzt nicht ganz so deutlich sieht durch die Bäume, aber das ist auch sehr schön, super Wetter heute, ist eigentlich wie immer. Und ja, nochmal das Amphitheater hier, gehe ich mal ein bisschen näher runter, da finden dann auch so Veranstaltungen statt, das sieht man ja schon alleine von der Größe der Bühne hier. Ja, und nun gehen wir weiter und werden uns mal mit der Burg etwas mehr beschäftigen. Ich werde jetzt gleich noch einen Videofilm drehen von der Burg selbst. Auf jeden Fall gehen wir jetzt drauf zu. Und man kann dann zumindest erstmal so die Größe noch sehen. Ja, wunderbar, hier kann man das deutlich sehen. So, hier gibt es auch eine Menge kleine Geschäftchen, da sind also eine Menge Leute, die hier ihre ganzen selbstgemachten Dinge alle präsentieren, die eben mit dieser Kultur zu tun haben, mit der Dominikanischen. Wir sind übrigens in Puerto Plata hier. Ja, wunderbar, das ist ein karibischer Blick. Und ja, hier direkt neben der Burg sind wir jetzt. Und ja, das war's erstmal, der erste Teil soweit. Und ja, das ist das, ma Achso? Von Zwischen Cu 세 취 gånger Christ. Dieνε takiej Hütschel ist neig. Aberllach Latroncipher ist neig. Und da ist auch der Lieblingsditten.